Was haben wir denn hier alles drin? Alles mögliche an wichtigen Klamotten für 10 Tage. 10? Genau, das habt ihr mir ja nicht gesagt. Doch. Ja, da habe ich es vergessen. 10 Tage auf dem Kanu? Ja. Ihr seid schon. Das ist leider nicht Demenz, dass du diese Sachen halt vergisst. Was? Ihr seid wohl verrückt, ich bin ja nicht Demenz. Was macht denn das Leben lebenswert? Wenn man einigermaßen noch sich selbst helfen kann und weiß, wer man ist. Das ist doch sonst schlimm, wenn du das noch nicht mehr weißt. Ich möchte wissen, wo meine Sachen sind. Ich möchte nicht so selbst helfen. Ja.